Die Volonte Generale beschreibt den Gemeinwillen eines Volkes und ist der Schlüsselbegriff in der Demokratietheorie von Jean-Jacques Rousseau. Der er seine heutige Bedeutung verdankt, Rousseau grenzt diesen Gemeinwillen gegenüber der Volonte des Tous, der Summe der Einzelinteressen, ab. Der Aufklärer behandelt den Begriff vor allem in seinem Hauptwerk vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechtes. Er spielte eine zentrale Rolle bei der ideellen Wegbereitung der französischen Revolution auf der Grundlage des Gedankenguts der Aufklärung. Denn auch weitere französische Aufklärer, so etwa Denis Diderot, setzten sich mit dem Begriff des allgemeinen Willens Volonte Generale im Verhältnis zum privaten Willen des Einzelnen, der Volonte Partikuläre, auseinander, Begriff vor Rousseau. In der Gnadenlehre, Volonte Generale taucht erstmals bei Antoine Arnold und Blaise Pascal auf, wo er jeweils im Kontext der katholischen Gnadenlehre steht und sich auf Gott als Subjekt bezieht. Volonte Generale bezeichnet hier das Gegenkonzept zur jansenistisch-kalvinischen Vorstellung von einem absoluten Willen Gottes, der den Menschen nicht nur allgemein, sondern absolut bestimmt und ihm keine Wahlfreiheit. Mithin auch nicht die Wahl zwischen Gut und Böse lässt, dagegen gibt die Volonte Generale dem Menschen im Sinne der gräschische Kooprins zwar seine Existenz als notwendige vor, lässt ihm aber die Möglichkeit und die Entscheidung offen, Gutes oder Schlechtes zu tun, bei Malebranche. Einen Paradigmenwechsel erfährt der Ausdruck bei Nicolas Malebranche, der unter Volonte Generale die grundlegende, moralisch prinzipiell indifferente Bewegung des menschlichen Wollens versteht. Sie ist also ein wesentliches metaphysisches Attribut des Menschseins, das indessen durch die spezifische menschliche Freiheit eine wesentliche ethische Erweiterung erfährt, die religiös-moralisch ausschlaggebend ist. Dennis Diderot übernahm diese Bedeutung der Volonte Generale in seiner Encyclopädie im Wesentlichen Begriff bei Rousseau. Nach Schien Jacques Rousseau, der den Terminus einem weiteren Bedeutungswandel unterzieht, ist die Volonte Generale heilig und absolut. Sie repräsentiert das Interesse aller, das Allgemeinwohl des Volkes, das seinen Monarchen als souverän abgesetzt hat. Demokraten wie Nationalisten hat dieser Begriff, der von Rousseau konzipiert wurde, gleichermaßen nach 1789 angesprochen. Er ist, nach Rousseau, das wahre Interesse der Demokratie und des souveränen Staatsvolkes. Die Volonte Generale unterscheidet sich von der Volonte de Thus. Erstere repräsentiert das Allgemeinwohl, während letztere nur die Summe der individuellen privaten Einzelinteressen bedeutet. Die Volonte Generale ist im Gegensatz zur Volonte de Thus unfehlbar, denn sie bezeichnet das, was der politische Körper tun und entscheiden würde, wenn er allgemeingültige Gesetze beschließen, wählen oder abstimmen könnte, und zwar bei vollständiger Informiertheit, höchster Vernunft und uneingeschränkter, also dogmatisch oder emotional ungetrübter Urteilskraft, terminologische Problematik. Nach Bernhard F. Taurek ist Volonte Generale als Metapher zu verstehen, da sich ein Allgemeinwille, der die jeweiligen Einzelwillen reell determinierte, weder gegenständlich vorstellen, noch empirisch nachweisen lasse. Ihr Begriff meine nicht eine verlorengegangene Identität der Einzelwillen im Naturzustand, sondern verweise vielmehr auf eine mögliche pragmatische anthropologische Interesseneinheit der Menschen, die auf Dauer von ihren bisherigen politischen Deformationen zu befreien ist.